Es ist schon nett bei dir, Anna Lenzke. Ja, finde ich auch. Also ich muss, ich war in einer Playlist in meinem Phone of Life und da war der Jerry B. Anderson bei Jerry B. Anderson und ich habe gedacht, ich habe mich gefragt, warum, das ist ein keller Typ, so einer wählt mich, also vielleicht, das kann sein, ich komme in meinen Buskei, sitze da mit einem riesen Stick, ich denke, soll ich mal schauen, Blond? Und er sagt, komm her, Anna Lenzke, sollen wir schon ein? Ich sage, das kann ich doch mit meiner besten Freundin betalken, das ist so eine kleine Green White, das ist schön alternative Weiber. Und dann steht da, typisch Typ, weißt du, typisch Mann, immer das Gleiche, steht im Bus und holt ihn raus, also Anna Lenzke. Das ist schon versaut, ne?